so jetzt macht man diesen obligatorischen 0 auf 100 test wir haben heute mal andere strecke uns ausgesucht das ist jetzt der bmw f11 535 mit wie viel ps und serienmäßigen 306 ps 306 ps ja dann dass ich sagen probieren mal und schauen mal von 0 auf 100 wie sie dieses fahrzeug da so hoch und ausschaut das ist ein kleines problem auf alle fälle sammer bei 100 also es ist gar nicht so einfach gott das zum wollten ja da geht was also normal so wie die ist auto zirkt jetzt nicht die butter vom brot aber irgendwie hat man die butter vom brot also da geht schon was